Ich meine, viele lassen sich die Brüste operieren, da ist es ja auch eigentlich normal. Aber das ist halt einfach ein Thema, wo man einfach Schaden hat. Vor 20 Jahren haben die Frauen sich auch nicht so stark rasiert wie jetzt. Nicht so stark vielleicht gepflegt, die waren ganz anders behaart. Da hat man gar nicht so richtig gesehen, auch nicht richtig hingeguckt. Seit der Geburt meines Kindes hat sich das halt irgendwie verändert und ist halt oft wirklich unangenehm. Das hat jetzt mit Männern nichts zu tun. Mich hat es gestört, ich habe es nur für mich getan.